Der Richter am Bundesverfassungsgericht, Peter Müller, sieht Zustände wie in einer Diktatur und wo sieht er sie? In der Bundesrepublik. Und das ist natürlich eine krasse Aussage. In diesem Video sage ich dir, was er damit meint, was es damit auf sich hat und inwieweit diese Sichtweise berechtigt ist und wie weit sie vielleicht nicht ganz berechtigt ist. Zunächst einmal muss man sagen, wenn ein Bundesverfassungsrichter solche deutlichen Worte in den Mund nimmt, dann muss man das schon mal ernst nehmen. Auch wenn man davon ausgehen kann, dass das in den Medien natürlich auch immer etwas überspitzt wiedergegeben wird. Es geht um die Berliner Wahl und zum Beispiel die Berliner Zeitung.de schreibt dazu am 5.10.2022 Wahlpann in Berlin, Karlsruher Richter sieht Zustände wie in einer Diktatur. Das ging um einen Podcast der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, in dem der Richter da eben mal so ein bisschen, ich sage mal in Anführungszeichen, vom Leder gezogen hat. Natürlich wurde auch immer etwas überspitzt und möglicherweise sind da auch irgendwelche parteipolitischen Kalküle mit im Spiel. Das wissen wir ja leider nun auch bei den Bundesverfassungsrichtern, inwieweit die auch gewählt sind und was die vorher gemacht haben. Kann man alles mutmaßen, aber interessanter ist ja die Frage, was ist denn an diesen Vorwürfen dran und was ist vielleicht überspitzt. Und da muss man mal einfach sagen, wir haben in Berlin tatsächlich eine Wahl, die wesentlich demokratische Spielregeln und Gesetzgebung außer Acht lässt. Und dadurch haben wir dann Leute, die gewählt werden, denen die verfassungsrechtliche Legitimation fehlt, die also regieren, Macht ausüben, ohne diese Wahllegitimation vom Volk zu haben. Und das ist typisch Diktatur. Wir haben umgekehrt Leute, die nicht gewählt wurden, also keine Macht ausüben, obwohl sie legitimiert sind durchs Volk. Und das ist auch typisch Diktatur. Wodurch unterscheidet sich das Ganze jetzt von der Diktatur? Vielleicht nochmal einen kleinen Ausfluss. Also in Diktaturen wird häufig gar nicht gewählt. Aber ich sag mal, die allerschlimmsten Diktaturen sind eigentlich die, die sich auch noch eine Wahl leisten können. Also in der DDR zum Beispiel wurde ja gewählt. Ja, da wurde Erich dann mit 99 Prozent, beziehungsweise die Kandidaten der Nationalen Front, die wurden mit 99 Prozent gewählt. Ich kann euch sagen, bei meiner ersten Wahl, war ich 18 Jahre, war noch zu DDR-Zeiten, bin ich mit meinen Eltern nach Prag gefahren, um diesen Zirkus nicht mitmachen zu müssen. Und das kann auch noch eine zusätzliche Beleidigung sein. Wenn man jetzt sagt, ehrliche Diktatur, also ich bin immer so ein Typ, mich interessiert besonders Ehrlichkeit, wir machen keine Wahl, finde ich persönlich nicht ganz so schlimm, wie noch eine Wahl vortäuschen. Insofern spricht allein der Umstand, dass wir hier das Mühen haben, Wahl durchzuführen, noch nicht gegen diesen Vergleich. Aber man muss ja trotzdem eins sagen, in Berlin ist keine Diktatur errichtet worden. In Berlin ist nämlich schon immer eine Diktatur dort vorhanden. Wir haben schon eine. Und zwar eine Diktatur der Unfähigkeit. Das war schon im alten West-Berlin so, das war im alten Ost-Berlin so, das war nach dem Mauerfall so. Und es hat sich so fortgesetzt. Wir haben ein schier undurchdringliches Netz von Seilschaften, was dadurch, dass Berlin Hauptstadt geworden ist, noch viel schlimmer geworden ist, denn es ist noch undurchsichtiger. Es ist wirklich eine Katastrophe. Und wenn du da anderer Meinung bist, dann musst du nur mehr in diese Stadt reinfahren, du brauchst nichts machen, fahr einmal rein mit dem Auto, fahr von mir aus mit dem Fahrrad rein. Wenn du sagst, ja Auto ist doch gut, dass man mit dem Auto nicht in die Stadt kommt, fahr halt mit dem Fahrrad rein. Und wenn du sagst, ich habe kein Fahrrad, dann fahr halt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln rein. Momentan gerade stand heute, was haben wir heute, 13.10. ist der U-Bahnhof, die U-Bahn in Mitte abgesackt. Falls es nicht Putin war, dann war es wie immer wahrscheinlich irgendein Unfug, der da gemacht wurde. Also es gibt eigentlich keinen Tag, wo du aus der Stadt nicht irgendeine Horrormeldung hörst. Und insofern könnte man auch sagen, ist doch völlig egal, welche Form, welche Person in dieser Unfähigkeit regiert. Ich sage dir auch ganz ehrlich, meiner Sicht ist das, mir ist das völlig Wurst. Aber hier geht es ja um die Frage, ist das jetzt irgendwie eine Diktatur? Also aus meiner Sicht, nein, das hat mit dem, was wir mit Diktatur meinen, nicht zu tun. Und soweit der Bundesverfassungsrichter das nicht einfach nur zugespitzt hat, sondern wirklich so meinte, halte ich es gelinde gesagt für Quatsch. Falls er es nur zugespitzt hat, dann finde ich es okay, ich spitze ja auch genug zu. Also da habe ich kollegialerweise, wenn ich mal einen Verfassungsrichter als Kollege bezeichnen kann, der im Podcast auftritt kurz, das würde ich mich natürlich nie trauen. Das sind gute Juristen. Ich bin hier nur ein Arbeitsrechtler. Dann würde ich mal sagen, okay, das Zuspitzung muss sein hier. Ihr guckt was sonst nicht. Man muss schon deutlich die Sachen benennen. Das finde ich auch korrekt. Ich habe auch keine Zeit, mir lange Ruhmeiereien anzuhören. So, also, jetzt aber die Frage, diese Wahl, die war nicht demokratisch. Diese Wahl muss wiederholt werden, so wie der das sagt, spricht erst mal viel dafür. Und der Reflex ist auch bei mir, dass man sagt, das kann doch nicht sein, muss man neu machen. Was spricht dagegen? Erstens, kriegen die es überhaupt besser hin? Zweitens, was man nicht vergessen darf, und das hat der Professor Pestalozza aus Berlin, finde ich mal sehr, sehr interessant, ihn zu sehen, weil ich bei dem ausgebildet wurde. Meine ersten Vorlesungen habe ich bei Professor Pestalozza gehört und ich war wirklich bei ihm auf der Abschlussliste wahrscheinlich, wenn er mich überhaupt wahrgenommen hat. Er hat mich wahrgenommen. Warum? Weil ich immer zu spät kam. Und er war der Einzelprofessor, der pünktlich angefangen hat. Also normalerweise wurde immer volle Stunde später CT angefangen. Er hat ST angefangen. Also, ich weiß noch, noch ganz früh um acht. Ich bin ja auch im Frühaufsteher. Ja, aber irgendwie war mir das in der Studentenzeit nicht möglich. Und ich kam halt immer zu spät mit einem Kaffee in der Hand dann rein und man musste immer bei ihm auch vorne, in diesen Vorlesungen, da kann man immer vorne rein, also direkt an ihm vorbeigehen. Äußerst unangenehm, weil ich den super interessant fand, auch was er erzählt hat, weil er ein Einzelprofessor, den ich wirklich wahrgenommen habe und es total spannend fand. Und ich hatte immer bei meinen Verfassungsrechtsprofessoren Riesenglück geprüft, wurde ich bei Professor Di Fabio, jemand, den ich auch extrem verehre. Allerdings, auch da Riesenpleite, also meine Prüfung war wirklich furchtbar. Ich wurde über die Wiedervereinigung von ihm geprüft. Da hat er gedacht, ich war in Trier damals, in dem Ostler wird das ja wohl hoffentlich präsent sein. Das war also wirklich eine Steilvorlage. Ich hatte keine Ahnung. Da griff ich nach dem Gesetz und er sagte, brauchen Sie nicht aufschlagen. Ich, warum nicht? Er steht nicht mehr drin, weil es wurde schon, diese Vorschriften wurden natürlich schon rausgenommen. Ja, so, also ich hätte was so erzählen müssen, konnte ich nicht. Ja, war eine Pleite. Ist mir bis heute extrem peinlich, genauso beim Professor Pester-Lotzer. Aber, was sagt er? Der Professor Pester-Lotzer erzählt, dass, ja, eine Wahl ist ja nun mal eine Wahl. Und einfach jetzt zu sagen, ja, hat nicht so gut geklappt, ich mache die neu, führt ja wieder mal dazu, mittlerweile haben Sie Ihr Verhältnis auch vielleicht wieder geändert, und es sind ja auch Leute zurechtgewählt worden, die auch in Amt und Würden sind, führt ja dazu, dass möglicherweise die, bei einer Wiederholung, die Legitimierten ja auch raus müssen. Das zeigt das ganze Dilemma auf den Punkt gebracht, ja. Deswegen hat er recht, aus meiner Sicht, man muss die Verantwortlichen dafür wirklich zur Rechenschaft ziehen, aber einfach so eine Neuwahl, also dieser reflexartige Ruf nach Neuwahl, der ist aus meiner Sicht tatsächlich auch, naja, sagen wir mal, zumindest zweifelhaft. Deine Frau verlieren, Vielen Dank.